Willkommen zurück zu Sunkerland. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, ich dinge mal, wir werden jetzt vordermachen. Wir haben hier bei uns erst mal genug ausgebaut. Blues, ich war erst mal überlegen, noch mal hinzufahren zum Parkplatz, weil wir da ja noch einiges holen haben. Hier, wir haben ja gerade mal 29 Prozent. Aber ehrlich gesagt, möchte ich auch gerne neue Locations kennenlernen, sag ich ganz ehrlich. Deswegen mal gucken. Wir wollen erst mal hier in die Richtung fahren. Keine Ahnung, was das genau ist, aber es ist ein Unterwasser-Location. Fahren wir weiter, da gibt es eh nichts Brauchbares. Also, da her. Eh, tüts. Eh, wir hatten hier geparne. Ein paar Booten leer, ich hoffe erst. Komm mal rauf hier. Yo, dann setz dich hin, mein Freund. Starte den Motor. So, woher denn mal? Wir müssen in die richtige Richtung. Ja, du hast die Maschinenfabrik. Hier wollen wir hin. Alles klicken. So ist ein bisschen noch links. So. Mal gucken, was es hier noch so alles gibt, ne? Wir zeugt. Muni, alles haben wir einstecken. Ja, ja, ja. Ich hoffe es. Ich weiß nicht. Wie gesagt, selber hatte ich es noch nie, aber ich habe gelesen, dass es auch Angriffe gehen kann, wenn man nicht zu Hause ist. Aber gut, hatte ich es selber wirklich noch nie. Wie es aussieht, ist es die Festung da vorne. Oder was es da auch immer sein soll. Gucken wir mal. So. Werden wir wohl irgendwie hinkriegen? Ist das der Händler? Nein. Die Festung haben wir schon ausgelutscht. Fangen wir doch weiter. Die, die, die. Ah, ich glaube, es ist die Festung. Ich weiß nicht, wer hier ist, aber hier dürften einige Gegner sein. Und wenn wir wieder hochkommen, weiß ich auch noch nicht. Was ist der, ne? Eww. Hier, da muss es ja irgendwo einen Weg hoch geben. So ist es nicht. Keine Ahnung, wer hier zu Hause ist. Zwillingsfelsen. Der Erlöser-Clan. Also, ich will die guten Jungs. Alles klicken. Au, 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 au. Jungs, so, man könnt ja mal wohnen, bis ich so weit bin. Kommt da hin. Junge, Junge, Junge. So. So, den hätten wir schon mal ausgescholdet. Der gute Erlöser-Clan. Alles klicken. Und wo schießt der? Schießt der oben durch den Boden, oder wat? Wodemar, Wodemar. So groß wie beim Parkplatz kannst du ja nicht so hin. Lass erstmal nach, mein Freund. Da. Wodemar. Immer mit der Ruhe, mein Freund. Immer mit der Ruhe. Lass mich doch mal irgendwo in Deckung gehen, du. Der ist wohl ledigend. Wo ist er? Da. Also ein paar Stück, okay. Na, Jungs. Natürlich, man kann nicht durchschießen. War auch irgendwie nicht zu erwarten. Hm. Der Einzelgewicht, der hoch ist Diesel-Tribble. Das geht nicht gut aus. Das sind drei Stück, wenn ich es richtig sehe, Wodemar. Wann nehmen wir die? Damit können wir schneller schießen. So, ich glaube, den einen habe ich gerade erledigt. Das ist schön. Alter. Nee, der war nicht erledigt. Gut zu wissen. Den nehmen wir hier. Danke. Kommen wir aber auch leider nicht die Leiter runter, ne? Was schreit hier da oben rum? Seid ihr jetzt auf dem Konfu-Konzert, oder was? Oh, den einen haben wir, wie es aussieht. Ne. Sag mal, Jungs, beruhigte euch doch mal wieder. Ah, hier liegt aber ein Toter. Eindeutig. Okay. Okay, versuchen wir es nochmal. Oh, Alter. Uff, da, la, la, la. Okay, ich habe einen erwischt. Ich habe einen. Die haben starke Wummen da oben. Die haben starke Wummen da oben. Okay. Die sind ja auch schon lange nicht mehr gestorben. Äh, sag mir bitte, du hast mich in der Nähe rausgeschmissen, oder? Ja. Kurz so. Wollt die Grode sagen. Wir haben aber einen erwischt. Das ist schon mal gut. Alter, der hat mir innerhalb von Sekunden meine Rüstung weggeschossen. Oh, okay. Ah, herrlich. Aber wir haben einen erwischt. Also dürften ja jetzt nur noch zwei sein. Jetzt ist nur die Frage, ob wir denjenigen erwischt haben. Der da die starken Waffen hat. Mir blieb ja keine andere Wahl übrig. Da war ja nichts vom Denken zu gehen. Ich kann ja von unten nichts so durchschießen. Mir blieb da absolut gar nichts übernehmen. Aber wir haben die Waffe in die Hand. Danke. Hier, zum Glück nicht mein Rucksack hier unten. Das ist wenigstens etwas. Sehr schön. Aber wo ist meine Muni? Hier, aber wieso? Warte mal. Jetzt. War wohl gerade ein Grafikpack oder so? So, den Jungen hätten wir auch erledigt. Da ist unser Boot. Wolle ist Klirchen. Der hat nichts. So, und hier waren die Schießwürdigen, ne? Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt alle hin sind. Lalalalalala. Dort sind sie. Alles Klirchen. Gut. Ich weiß nicht, was der da für eine Wumme hat. Aber das klingt echt übel. Ja, du kannst von mir jetzt auch auf deine Wand einschießen. Das ist mir so ziemlich egal, mein Freund. So. Dann hol dich mal. Aber hier waren mehr. Vor allem sind die Herrschaften hier schon dispawned, oder was? Oh, ah, Mann. Alter. Wo hat der denn hier jetzt? Wollt doch nur looten, Mensch. Okay, warte mal. Erst mal. Trink mal. Gibt es mir das auch ein bisschen? Okay. 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 Boah, Alter. Was haben die für Waffen? Zwei Schüsse und so gut wie tot. Das darf nicht wahr sein, ne? Okay. Das ist schon komisch, ne? Da auf dem Parkhaus, da haben wir die ohne Probleme plattgekriegt. Und hier? Da sind die so übermächtig. Was ist denn hier los? Alter. Ich meine, gut, meine Rüstung ist mittlerweile komplett im Arsch. Oder fast komplett. Aber trotzdem. Was hauen die für einen Schaden raus? Also irgendwie sind die Gegner hier im Spiel auch noch nicht so richtig Balanced, ne? Manche sind extrem schwach, während andere extrem stark sind. Das ist zwar normal, aber doch nicht beim selben Clan. Erstmal wieder an meine Sachen rankommen, ohne erschossen zu werden. Das wird jetzt noch ne Gunst. Wer war der Feigling hier? Ja, ist doch gut, ist doch gut, ist doch gut. Feige hinterm Fass. Haben wir dich. Ich will nicht wissen, was die hier sonst noch für Waffen haben. Auf jeden Fall hat der ein bisschen Pistolen-Money, das ist doch schon mal was. Und den Herren wollte ich ja nicht nur lügen. Da kam mir der andere ja in die Quere. Ist ja noch mehr? Nein. Gut, wir haben nichts mehr zum Heilen. Das ist natürlich doof. Rüstung ist auch so ziemlich im Eimer. Hier geht's auch noch hoch. Wer weiß, was da noch ist. Na gut, wir können ja nach nach ausschalten, ne? Gegner kommen ja nicht wieder. Das ist ja wenigstens schon mal etwas. Die, 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 ist hier jemand? Ja. Allerdings kann ich den von hier nicht ausschalten. Man kann ja leider nicht durch Gitter und sowas durchschießen. Durch die Tür hier allerdings schon. Nimm Verband, mein Freund. Nimm Verband. Danke. Was noch einer? Er hat schon wieder so eine Waffe. Das darf nicht wahr sein. Das darf echt nicht wahr sein. Okay. Ich finde es ja schön, dass man ein bisschen Herausforderung hat. Aber allerdings ist das hier schon leicht übertrieben. Alles klar. Nee, 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 du. Okay. Okay. Aber ich glaube, den größten Teil haben wir. Also wenn ich mich nicht täusche, ist da oben noch einer. Ja, wenn ich... Sieht zumindest so aus. Die hauen einen echt mit drei Schüssen weg. Wo kommen ihr denn jetzt auf einmal her? Okay. Okay, den haben wir aber gekriegt. Wir waren hier jetzt schon ein paar Mal. Der war vorher nicht da. Hm. Ich weiß nicht, warum wir jetzt plötzlich Gegner sind an Stellen, wo vorher keine waren. Wollen wir gerade ins Kreuz schießen, ne? Ja. Er kann durchschießen. Ich nicht. Ich ist... Da sind schon wieder zwei. Sag mal, spawnen die Bieren nach? Auch keine Muni mehr. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wum, warte mal. Ich komme aber auch an meine Sachen nicht ran. Das ist das Problem. Jetzt hätte ich ehrlich gesagt gerne die Armbrust dabei. Ist doch, ich ganz ehrlich. Okay. Altes kaputtes Reptiergewehr. Wo liegt denn überhaupt mein Rucksack da? Das ist die reinste Selbstmordaktion. Ich habe aber keine Muni mehr. Ich muss schon eh, Genevi. Mal mal an meine Sachen rankommen, ne? Natürlich. Stand der hinter mir, oder was? Alter, ich kriege hier gleich so eine. Ne, das ist übertrieben hier. Ja, aber jetzt nach Hause gehen, bringt auch nichts. Das sehe ich auch nicht ein. Da muss ich hier wieder ganz hinschwimmen. Das will ich nicht. Ich hasse sowas wie die Pest. Die können mich doch wenigstens an meinen Rucksack lassen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich wollte doch nur den Loot hier haben. Oh, stehen jetzt wieder überall Gegner? Und wundern würde es mich nicht. Natürlich, 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 natürlich. Ah, treffe ich so nicht, okay. Aber auch keine Möglichkeit, mich irgendwie zu heilen, ne? Mö. Hä? Sag mal, backen die hier durch die Gegend? Der war doch eben nur hier. Möchte ja wieder hinterrücks irgendwo abknallen, ne? Geht's nicht durch? Na. Geht's nicht durch? Zumindest habe ich wieder ein bissle Pistolen-Muni. Nun nimm doch hier verbannt, mein Freund. Ich muss aber noch an den anderen Rucksack rankommen. Was für'n Krampf hier, du. Was für'n Krampf. Das ist neu, dass die hier, ähm, hoch und runter gehen. Und die einzelnen Sachen benutzen. Das ist wirklich neu. Also bis jetzt war das immer so, dass die fest ihre Stellen hatten und keine Leitern oder Treppen benutzt haben. Ah, das bringt mir jetzt hier auch wenig. Obwohl, ohne mal. Ja. Hier, hier, hier haben wir kein mehr. Wie's aussieht. Naja, zumindest hier vorne nicht. Hier haben wir bei weitem noch nicht alle. Aber ehrlich gesagt, mit der Rüstung jetzt hier überhaupt noch irgendwas zu versuchen, ist rein in Selbstmord. Es wird eh dunkel, weißt du, dass wir fahren nach Hause, werden hier aber definitiv am nächsten Tag nochmal her. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Hier will ich nur einmal reingucken. Das lasse ich definitiv nicht auf mir sitzen. Hier sind garantiert noch mehr. Jut. Hier fällt mir irgendwas Brauchbares drin. Ein bisschen kann man ja mitnehmen, ne? So ist es nicht. Schrotflinte, alles klar. Motorradheim, ballistische Faserhandel, noch mehr Pistolenmoney. Alles klar, Schrotmoney. Und das nimmt man auch gerne mit, so ist es nicht. Hier können wir auch noch einmal reingucken. Aber nach Hause fahren tun wir jetzt trotzdem erstmal. Naja, gut. Standard gedulden. Die, 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 die. So, lass mal runter. Ich glaube, hier vorne in den Eingangsbereich haben wir zumindest jetzt mittlerweile gesichert. Wir sind aber auch übertrieben hier. Okay. Könnt ihr aber natürlich auch dranlegen, dass wir jetzt die Jacke anhaben? Wäre möglich. Weil wir dadurch zwei Rüstungen weniger haben, ne? Aber, das glaube ich nicht. Wir fahren trotzdem erstmal nach Hause. Die sind wirklich schon... Mich hat es nur gewundert, war jetzt immer. Lösungsplan, das hatten wir auch im Parkhaus da hinten. Da hat das ohne Probleme geklappt. Da haben die aber nicht so einen Schaden rausgekommen. Dessen dachte ich, die nutzen ungefähr die gleichen Waffen. Aber die nutzen hier ja weitaus bessere Waffen. Da habe ich mich gedäuscht. Die haben wahrscheinlich noch nicht die Ausrüstung dafür. Oder waren das die Sklavenhändler da hinten? Nö? Da will ich ja gar nicht wissen, wie die noch sind, ne? Wie gut. Das will ich gar nicht wissen. Auf jeden Fall war das gerade so, als wenn ich überhaupt keine Rüstung anhabe. Wie Buddha haben die da durchgeschossen? Wie Buddha? Ich hasse es aber wirklich, wenn Gegner völlig okay sind. Das war hier jetzt nicht böse gemein. Klar mag ich auch eine Herausforderung, wie jede andere auch. Aber eine Herausforderung sollte so sein, dass es schaffbar ist. Es sollte jetzt nicht zu schwer sein. Es sollte aber auch nicht zu einfach sein. Weil dann wird es auch langweilig. So ein Mittelding ist eine gute Idee. Das war eben schon Debs übertrieben. Die, 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 die. Aber gut. Man findet hier jetzt zum Glück nichts. Sonst würde ich die Krise kriegen. So, erstmal renn in die gute Budi. Dann geh auch rennen. Außer alles ist ja völlig am Ende bei uns. Einmal kurz rüber reden, dann gehen wir schlafen. Aber essen und trinken könnt ihr nicht schonen. Danke. So, ess mein Freund. Hau dir gleich die nächste Bulette rein. So. Lieben, da packen wir gleich wieder ein. Können wir überhaupt schon schlafen? Nein, noch nicht ganz. Okay. Da haben wir noch drei. Danke schön. Die kannst du auch immer wieder auffüllen. Aber ich meine, so brauchen wir das Zeug zumindest mal. Oh, bis hin geht das mittlerweile. Das war nicht immer so. Warte mal. Nimm die mal mit. Hier, die. Und die? Ah, die gehen immer nur noch bis fünf. Okay. Kannst du trotzdem mal ein paar mehr machen. Die kommen da jetzt rein. Wege räumen tun wir gleich. Die, 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 die. Geht noch nicht. Okay, den räumen wir eben jetzt weg. Schlimm, diese Foxen hier. Stoff. Haben wir sogar ein bisschen einstecken. Aber umhören wir uns nach dem anderen. Benzin. Passt noch. Sehr schön. Ähm, Komponenten passen auch noch. Klebebanden noch. Feuerzeug geht eh runter. Das geht da vorne drin. Die passen nicht mehr. Das siehst du schon. Aber wir haben hier einer. Jo. So, hier. Kaputte Schrotze mit drin. Das kann mit drin. Das kommt gleich rüber. Na. Der geht hoch. Der geht hoch. Was haben wir hier? Nicht für eine Ordnung, sag mal. So, schon besser. Essen, trinken gehört darüber. Gut, jetzt müssen wir mit allem aber mal schlafen können. Dann setzen wir hier mich zu spät. Jo. Schön, schön. Schön, schön, schön. Schön. So, kaputte Motorradhelme rein. Das geht rüber. Das geht rüber. Okay. Die waren schon leicht übertrieben. A, B. Auch kein Weltergang. So schnell gebe ich nicht auf. D, 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 D. Hier kommt die Schrottenmanier rein. Der geht gleich runter. Das geht runter. Der gehört hier nochmal drin. Haben wir mittlerweile aber auch gut. Sortieren wir hier mal ordentlich. Kohle geht sowieso runter. Handen wir Schießpulverne hier? Ja. D. Full. D. So. Den, mein Freund. Den, mein Freund. Hier, Doserin. Und das hier geht natürlich im Verkauf. Haben wir hier eh schon, oder? Haben wir nicht? Mö. Gut. Muni haben wir noch genug. Einsticken essen haben wir genug. Notfalls können wir unterwegs essen. Ich sehe das nicht ein. Absolut nicht. Da geht es jetzt wieder hin. Absolut gar nicht, sehe ich da sein. Sind die nicht so ganz ohne? D, 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 D. Wo ist die Festung? War aber auch ein bisschen merkwürdig. Es waren am Anfang nur vereinzelt welche. Dann hatten wir plötzlich drei auf einmal. Davon hatte ich zwei ausgeschaltet. Die Leichen lagen da ja auch. Wir haben sie ja gesehen durch die Bretter. Nachdem ich denn tot war und wieder kam, waren die Leichen plötzlich weg. Und dann randen wieder drei Leute rum. Also... Das war schon irgendwie gummisch. Hat nicht so ganz funktioniert, wie es funktionieren sollte. D, D, D. Egal, Egal. Ich hoffe, dass Sanken nimmt mit zukünftigen Updates bautechnisch noch ein bisschen weiter ausbaut. Also, dass man noch mehr verschiedene Materialien hat, dass man vielleicht auch nicht nur Fundamente und so setzen kann, sondern vielleicht auch Runde, Schräge und so weiter und so fort. Das wäre schon cool, irgendwie. So, die Musik spielt auf jeden Fall wieder. Wir sind repariert, wir haben was zu holen. Rennen die Erschaffen jetzt hier wieder rum oder haben wir sie jetzt tot? Also, hier vorne scheinen die tot geblieben zu sein. Okay. Dann sind aber die viel tiefer da oben noch welche. Ja, gut. So, gehen wir mal ein bisschen in den Schleichmodus. Ich sehe da zwar keinen im Turm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass entweder oben oder unten noch welche sind. Garantiert. Und die haben hier ja Waffen wie Rambu persönlich. Hier nicht. Hier. Wieso gibt es da nicht nie eine Leiter nach oben? Hm? Im Turm scheint keiner zu stehen. Okay. Laut Musik ist hier auch keiner. Aber auf die Musik kann man sich halt auch nicht immer verlassen. Okay. Ich gehe auch mal ganz stark davon aus, dass da drüben... Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Oh, na, ist es. Ich habe ihn gerade gesehen. Oh, den kriege ich von hier nicht, oder? Och, sehr schön. Okay, den hier haben wir. So, hier sehe ich auch keinen rumkriechen. So hatte ich das vorhin auch vor. So ein bisschen, auch wenn ich dieses Rumpstelzen gar nicht mag. Bleibt einem hier manchmal gar keine andere Wahl. Aber es hat trotzdem nicht funktioniert. So. Oh, ey, der Lidsee. Aktuell haben wir nur friedliche Musik, ne? Kapute Polizei, wirst du? Ein bisschen Pistolen-Money. Das ist sehr schön. Echt? Da war nur noch der eine? Ja. Trotzdem. Okay, dann lass das fröhliche Looten beginnen. Haben wir auch verdient. Nach der Aktion. Auf jeden Fall. Okay. Auch wenn es natürlich mal wieder nur Müll gibt. Schön, schön. Können wir eigentlich mal nachgucken. Da müsste man ja nicht bestätigen können, ne? Der Erlöser-Clan hat aber immer noch... Gut, wir haben hier auch keine Insel weggenommen. Aber ich glaube, das war mehr vorher. Die, 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 die. Dankeschön. Hier gucken wir noch drin. So, hier haben wir auch noch ein schönes Kistchen. Oha. Bauplan, moderne, straßenlaterne, Schwellenreptiergewehr, Polizeihelm, Schedule und Standardgedöns. Alles klicken. Okay. Ja gut, die Gegner-Balance ist halt noch nicht so ganz hundertprozentig, ne? Das ist Öli-Exist. Okay, vielleicht sollte man auch... Aber das nimmt mir alles so viel Platz weg. Man hat ja so wenig Platz. Ansonsten habe ich mir überlegen, Ersatzrüstung mitzunehmen, die man wechseln kann, wenn sie zu stark beschädigt ist. Aber auch nicht die beste Idee, wenn wir ganz ehrlich sind. Hier nochmal dringucken. Ah, jetzt haben wir schon mal vier. Gucken wir mal. Das ist schön. Stoff haben wir eh eins zu decken. Hier. Voll. Wollen wir da runter? Ist ja noch irgendwo ein Weg runter. Ist aber auch leicht wirt hier. Ganz dezent. Di-di-di. Aber ich glaube wirklich, wir haben alle. Sonst hätte hier nochmal was auftauchen müssen. So, dann lassen wir mal hin zum Boot. Wollen wir mal alles rein, was geht. So, ein bisschen kriegen wir noch mit. Alles klicken. Wir gehen jetzt mal wieder hoch. Eins nach dem anderen. So, bin ich von... Oh, wie bin ich jetzt? Ich habe keine Ahnung. Hier? Hier war auch das, ne? Ja, hier kann ich schon mal eins haben. Aber ich wollte eigentlich wieder ganz hoch. Da waren ja auch noch Sachen. Genau. So, hier hatten wir, glaube ich, wirklich alles, ne? Wollen wir mal kurz durchprüfen. Hier war das, hier. Das Teil wollte ich doch mitnehmen. So, ein Schorthaufen. Hier gucken wir, ob wir nochmal drin sind. Ah, diese Elektrikelteile. Brauchen, ich weiß, ich glaube schon, dass wir sie brauchen. Aber im Moment glaube ich nicht. Okay, hier liegt auch noch ein bisschen Waffenteule. Und das? Brauchen wir nichts weiter? Hier ist noch ein Schorthaufen. Okay. 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 Hier ist noch jede Menge. Jut, jut. Den gucken wir einmal. Die haben wir schon. Okay. Ich knüppel mir auf jeden Fall auch auseinander. Dankeschön. Da noch einmal dringucken. Schaukelpferd. Okay, das haben wir definitiv. Das weiß ich. Glaube ich. Hundertprozentig sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. Oh, bisschen Platz ist noch. Den nehmen wir auch den guten Stuhl auseinander. Dunkel. Den kannst du auch gleich auseinanderknüppeln. So wurde mal mein Freund. Erstmal einen da vorn. Einen doof vorn. Der geht ja sowieso nicht. Dip, 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 dip. Okay. Ich glaube, das Wichtigste haben wir hier auch rausgeholt. Die Teile. Oben haben wir noch ein Gras. Wollte mal. Hier ist auch noch ein Short-Haufen. Schön, schön, schön. Da drüben haben wir alles. Ja, da oben weiß ich, dass da noch was ist. Oh, wo ist denn das? Hügel-Milde-Vögel-Singen. Alles klar. Okay. Hier haben wir auch alles rausgeholt. Da haben wir noch ein Fass. Eine Öllampe mal wieder. Aber die macht schon Licht. Da haben wir aber schon eine von aufgestellt. Dass man hier nicht raufkommt, ist mal ein Ritzel. Gut, Holz hatten wir auch ein bisschen verbraucht. Das ist auch nicht gut, dass wir da mal wieder ein bisschen was kriegen. Den gehen wir mal her hier. Alter. Hügel-Milde. Da ist auch nichts. Da würde man auch nicht reinkommen. Gut, hier wäre noch ein Sofa und so. Wir kriegen nicht alles mit. Ne, ne. Wir sind voll. Hier so ein bisschen was auseinander zu kloppen. Hier will ich noch mal kurz gucken. Aber ansonsten ist hier auch nicht mehr viel, ne? Nö. Das wären alles nur noch... Ah. Da ist wahrscheinlich Essen und so drin. Mehr ist hier nicht mehr. Muss mehr sein. Muss mehr sein. Wir sind gerade mal bei 49%. Ich meine, gut, wir werden nicht auf 100% kommen, weil hier Sachen zwischen sind, die nicht verschwinden. Aber trotzdem. Das kann es nicht sein. Das... Ne, ne. Wir müssen hier unten einiges übersehen haben. Ja. Hier steht ja auch noch. Guck mal, hier steht noch Fass. Hier steht noch. Da steht... Okay. Wir kriegen so oder so nicht alles mit. Hier steht noch so einiges rum. Da noch. Hier unten wahrscheinlich auch noch. Hier ist noch. Ja. Okay. Ich habe die untere Etage vergessen. Kann ja mal vorkommen. Da ist noch... Alles klar. Ja. Okay. Hier gibt es noch so einiges zu holen. Wir fahren jetzt trotzdem erstmal nach Hause. Die, 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 die. So. Hier dürfen wir auch wieder keine Gegner mehr haben. Hm. Das Problem ist halt... Mann, ich hätte für die wahrscheinlich schon Armeewester oder so gebraucht. Aber die kann ich ja halt noch nicht bauen. Weil ich dafür mit Sicherheit die Stufe 4 brauche. Und wir jetzt gerade insgesamt kann man vier Teile davon haben. Das ist schon ein Übel. Aber ich glaube, das hätte uns doch eher den Arsch gerettet. Und es gab ja auch nicht wirklich Deckungsmöglichkeiten. Die, die, die. Ah, egal. Das ist doch, was ich meine. Es ist halt noch early access. Es ist alles noch nicht so ganz. Das Spiel soll ja normalerweise so aufgebaut sein, dass du auch die benötigte Ausrüstung, wie Rüstung, Waffen und so ein Kram bekommst, kurz bevor du sie brauchst. Aktuell ist es aber auch teilweise so. Es ist aber auch ein bisschen dem Open World geschuldet. Dass du manchmal hier quasi im Gegenden rennst, wo die Gegner übermächtig sind, weil du die Ausrüstung noch gar nicht hast. Ich ticke mal, das kommt alles noch. So, das ist übrigens auch der Grund, warum ich in der Regel R-Spiele bevorzuge. Wo man quasi an die Hand genommen wird. Also an die Hand nicht direkt, aber die am roten Faden folgen, sagen wir mal so. So, dann kann man erstens nicht so viel verpassen und zweitens kriegt man dann auch dann die Sachen, wenn man sie braucht. Also nicht zu früh, aber auch nicht zu spät. Wie quasi der größte Teil der Story-Games. So, der Pogdard ist mal rennen. Wir gehen auch mal hoch. Gummi haben wir noch nicht abgebaut. Wir haben aber noch ein bisschenes Dorf. Oh gut, da hat ja jeder zum Glück eine andere Vorstellung von Spielen. Will ich auch keinem vorschreiben. Die passen noch. Die auch. Ejo, habe einen Schrott übersehen. Okay, das ist typisch. Last Post auch noch. Der geht eh runter. Later. Das ist auch noch nicht der, aber ansonsten haben wir hier auch nichts. Nein. Gut, Leder geht dann hier mit drin. Die hier wurde, warte, 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 hier. Die Kui-Soi-BSD. Ich glaube, das ist auch die, die wir anhaben. Oder? Ja. Ansonsten haben wir aber nichts dafür, aber Waffen. Da muss ich gleich mal gucken. Die, 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 die. So. Einmal, ähm, das ist unsere Money. Ejo, jo. Ist wieder mehr als vorher. Den kannst du reinschmeißen. Und dann gucken wir mal kurz. Oide. Deco. Dekosier. Schaukelfett hatten wir nämlich mal nicht. Irgendwo. Ja, da haben wir es. Okay, der kann verkaufen. Hier haben wir nicht das Vögel singen, Bums, und die haben wir, glaube ich, aufgestellt. Hier haben wir auch nicht das Vögel. Gut. Dann heben wir die auf. Ich weiß, die haben wir aufgestellt. Und zwar hier. Irgendwo. Ähm. Da. Ich möchte sie aber trotzdem gerne einmal haben. Die macht schön. Ja, ja. Die macht schön ordentlich. Naja, vielleicht nicht, aber sie sieht schön ordentlich Dekomäßig aus. Sagen wir mal so. Okay. Den Zigorren Schaukelfett mit drin. Den On-Short hier habe ich wohl übersehen. Den hauen wir da drin. Da ist schon fast das dritte Fass voll. Und ob Schrotz wirklich zu gebrauchen ist hier im Spiel? Ich weiß es nicht. Ich werde mal versuchen, wenn wir sie überhaupt bonkeln. Müsste ich mal gucken. Brauchen wir bestimmt wieder Stall oder so für. Und warte mal. Schrotz findet das toll, haben wir ja. Nee, nur Eisen. Nur Eisen. Gut, wir haben aktuell kein Eisen, aber Maschinenpistole hätte ich hier gehen, ne? Gut. Den hauen wir mal rein hier. Hau den rein. Den kannst du auch gleich mal drin hauen. Dann haben wir hier noch ein bisschen Holz. Da wird zumindest Glück wieder ein bisschen was. Essen. Okay, gleich essen. Jetzt kriegen wir Besuch. Land nach, mein Freund. Haben wir die Jungs von eben, weil sie stinkig sind? Oder haben wir andere Jungs? Oh, das klingt zumindest so, als wenn es die Jungs sind. Sind sie denn? Okay, den einen hätten wir schon mal erledigt. Ist ja die Jungs von eben, ne? Links zumindest ganz nach. Alter, was hat der gerade durch die Wand geschossen? Junge, halt doch mal still, wenn ich ziehe. Geht doch. So. So. Ich sehe gerade keinen Hähn mehr. Die Herren hier haben wir auf jeden Fall ausgeschuldet. Wo sind die Hähn denn? Okay, die hämmern auf mein Fundament rum. Nur einen Moment. Da machen wir mal runter da. Ah, die treffe ich von hier nicht, ne? Ich will ja ungern da raus, sage ich ganz ähnlich. Aber ich habe doch auch keine andere Wahl. Oh ja, das sind die Jungs. Okay. Die sind eher wieder wie ein Parkhaus. Die machen nicht so übertrieben viel Schaden. Sehr schön. Einer ist da noch. Von lauter Leichen sehe ich den Gegner nicht. Ey, wir machen in der Ruhe hier. Irgendwo ist noch einer? Die Frage ist, wo? Ich sehe keinen. Da. Ambrust-Bubi. Okay. Verständlich noch ohne meine Ambrust dabei. Okay. Okay, jetzt machen wir das. So. Alle Schusswaffen und einer mit der Armbrust dazwischen. Auch nicht schlicht. Key. In-Stick-Oin. Nö, das waren nicht die Bubis. Sie haben noch diese Weichein-Punition dabei. Aber. Fundament hat geholten. Gut, dass wir das aus Eisen gemacht haben. Die haben wir alle hier. Aber hier waren noch welche. Die, 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 die. So. Schon wieder die Spawn, die Jungs. Hier liegt noch einer. Hier. Du hast auch noch einer. Ja, ja, gut. Na, das waren die Jungs nicht. Und hier haben wir irgendwo einer erschossen. Ja, ja. Die, 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 die. Da gibt es doch verschiedene vom Erlöser-Clan. Anders kann man sich das ja nicht erklären. Zumindest haben sie nichts. Das ist doch das Wichtigste. So. Und ich wollte ja gerade Eisen wegpacken. Denken wir hier nochmal hin. Hier. Schmeiß rein. Muni geht eh alles nach oben. Wir haben schon wieder mehr Pistolen-Muni als vorher. Jo, okay. Ne, das hatten wir hochgepackt, ne? Hier, über die mal Rüstung. Mal wieder. Die, 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 die. Okay. Okay, eins hatte man dann. Erstmal. Gummi. Hau rein. Stoff. Hau ebenfalls rein. So, die waren eh voll. Dann hau rein. Soutier bitte ordentlich. Benzin müsste ich jetzt gucken. Benzin passt noch einer. So. Den ist auch voll. Komponenten passen noch. Die sowieso. Da haben wir jetzt vier von. Glas passt auch noch. Klebeband passt nur noch einer. Hier. Dann kann Klebeband rein. Benzin rein. Jo. Alles klicken. So, hier kann dann nochmal der Polizeuhelm rein. Da kommen auch wieder die Wurfenteule. Und da ist mehr drin. Stuhl ist dicko. Muss ich gucken. Hier haben wir auf jeden Fall kein Stuhl. Und da haben wir auch keinen Stuhl. Okay. Dann pop den Stuhl rein. Wasser geht runter. Der Rest kommt da drüben rein. Die, 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 äh, hier. Überschüssige Muni. Davon noch was. Davon noch. Wasser kommt eh runter. Und die kommen hier auch rein. Okay, warte wir an. Ich packe das mal in eine extra Kiste. So. Armbrusten-Munni haben wir. Und nein, die habe ich nicht alle hergestellt. So, schlafen können wir eh noch nicht. Ist ja schlimm. Oh, die kommt hier echt alles auf einmal. Sehr schön. Okay. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wollte ich eigentlich. Wir sind jetzt ein bisschen länger dabei. All die wollen nur 30 Minuten. Ist ja nicht schlimm. Sankenland jetzt langsam aber sicher Richtung Ende bringen. Weil, auch wenn wir hier natürlich bei weitem noch nicht alles erkunden haben. Und wir sind auch noch nicht auf Stufe 4 und so Kram. Das ist mir bewusst. Ich werde auch nicht die Spielstände löschen. Ich werde definitiv Sankenland weitermachen. Sobald ein paar Updates rauskommen. Aber im Moment besteht halt das Spiel nur noch aus. Insel besuchen. Gegner töten. Looten. Und dann wieder das gleiche. Insel besuchen. Gegner töten. Looten. Ab und zu. Und dann wieder mal, wenn man die Teile hat, hier ein bisschen weitermachen. Wie hier Stufe 4. Ich hoffe, dass sich das mal alles ein bisschen bringt. Dass man zum Beispiel, wenn man gegnerische Inseln besetzt, dass man da irgendwas davon hat. Aktuell hat man ja absolut keinerlei Vorteile davon. Das bringt ja nichts wirklich. Das ist halt das Problem. Ich sehe momentan, es ist ein Spiel mit Potenzial. Aber wie es im aktuellen Zustand ist, leider wirklich keinen großartigen Sinn, hier weiterzumachen. Es besteht nur aus Bauen. Und bauen kann man hier leider nicht wirklich schön. Das muss ich sagen, machen andere Survival-Spieler besser. Da muss ich wirklich mal Sons of the Forest sagen. Das Bausystem Sons of the Forest ist absolut genial. Aber vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht kommen hier ja irgendwann noch Dreiecksstücke, das so umschräg bauen kann. Vielleicht noch abgerundete Stücke, dass man einen schönen Balkon bauen kann. Dass man vielleicht nicht nur in Pflanzkästen, auch auf Inseln Sachen anbauen kann. Also Bäume neu pflanzen kann. Dass man sich schöne Blumenbeete machen kann. Eigene Gehwege und sowas. Automatische Geschütztürme. All sowas, was ich mir noch wünsche. Das wäre schon ein Träumchen. Vielleicht kommt das ja noch. Also ich werde definitiv die Updates von St. Lenn im Auge behalten. Und auch wieder reingucken, wenn denn was Neues kommt. Aber dann würde ich sagen, lassen wir es jetzt erstmal hier pausiert. Ich sage absolut nicht kein Ende, sondern pausiert. Sobald was kommt, werden wir reingucken. Da heißt es dann abwarten. Und den bedanke ich mich aber erstmal fürs Zuschauen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi. 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 Schreck. không Bis zum nächsten Mal.